Hi Leute, hier ist wieder Sven vom Case-Tester-Blog. Wie ihr seht, habe ich hier das Huawei Mate 20 Pro liegen und in diesem Video möchte ich euch einmal meine beste Kombination aus Hülle und Panzerglas vorstellen. Aber kommen wir erstmal zu den Problemen, die ihr mit diesem Telefon leider haben werdet, wenn ihr auf der Suche nach diesen beiden Teilen seid. Das fängt schon damit an. Klebt das Panzerglas überhaupt richtig an den Rändern? Drückt die Hülle das Panzerglas an den Seiten wieder hoch? Bedeckt das Panzerglas überhaupt die ganze Front? Geht der Fingerabdrucksensor und Gesichtsscanner danach überhaupt noch? Durch meine beiden großen Tests habe ich diese Probleme natürlich schon erkannt und kann euch jetzt die beiden Erstplatzierten vorstellen, womit ihr diese ganzen Probleme auf jeden Fall nicht haben werdet. Das sind auf jeden Fall diese beiden. Ich fange mal an mit der Hülle. Das ist eine Hülle direkt von Huawei, also eine originale. Und die habe ich gekauft bei Amazon für 14,20 Euro. Ich zeige euch die mal schnell. So sieht die auf jeden Fall aus. Ja, kommen wir mal zu den Vorteilen. Also ihr habt hier auf jeden Fall ein Hardcase. Ihr seht, ich kann es nicht zusammendrücken. Das bedeutet, habt ihr das Telefon drin und das fällt euch mal irgendwie auf die Kante, die Hülle absorbiert den Größteil des Sturzes und leitet den nicht direkt ans Smartphone weiter. Ihr habt hier zusätzlich noch einen Innenschutz. Ihr seht das. Heißt, kommt euch mal irgendwas zwischen Hülle und Handy zwischen sowas wie Sandkörner oder sowas. Die werden hier von dieser Mikrofaser einfach festgehalten. Ihr könnt die nach einer Zeit rausnehmen. Heißt, das zerkratzt euch nicht einfach die Rückseite. Wie so Schmirgelpapier wirkt das sonst. Ihr habt hier zusätzlich noch einen Displayschutz drin. Das zeige ich euch mal eben schnell. Wenn ihr mal hier schaut, ihr seht, die Hülle geht über das Display rüber hier auch. Heißt, ihr könnt das so hinlegen. Ihr hört das selber. Das Display berührt gar nicht den Boden, falls es mal runterfallen sollte. Ja, zusätzlich ist das Ganze noch ziemlich günstig mit 14,20 Euro. Ähnliche Hüllen oder gleiche Hüllen, zum Beispiel von Apple, die kosten 45 Euro mal eben. Hier könnt ihr zusätzlich alle Folien und Panzergläser draufpacken, aber wir haben hier eine Folie drauf. Dazu komme ich gleich noch zu sprechen. Ja, das Material. Ihr seht es selber. Das ist wie so Gummi-Silikon. Also ihr müsst das auf jeden Fall mal in der Hand gehabt haben. Es fühlt sich einfach genial an und ich finde, das ist auch das beste Material, was man für Hüllen verwenden kann. Ja, das Huawei, das wird nicht zu dick. Ihr seht das selber. Also man merkt zwar, man hat einen Case drum, aber es wird jetzt nicht so klobig, wie man das zum Beispiel von Spiegelhüllen gewohnt ist. Die Aussparungen sind auch alle gut. Ihr seht das. Hier wird nichts irgendwie verdeckt oder sowas. Ja, die Knöpfe sind auch gut bedienbar. Hörtest machen. Perfekt. Und zum Schluss, die Kamera ist noch geschützt. Ihr seht, die Hülle geht hier ein Stückchen rüber. Heißt, wenn ihr das hinlegt, die Kamera berührt auch nicht den Untergrund. Ja, kommen wir mal zu den Nachteilen dieser Hülle. Die ist unten leider komplett geöffnet. Das stört mich leider, aber eine bessere Alternative gibt es hier leider nicht. Und dieses Case sieht noch mehr Staub an, als es zum Beispiel so normale Silikonhüllen machen, die jetzt so rutschig sind oder so. Oder halt Plastikhüllen. Also mich stört es nicht. Ihr müsst selber wissen, ob ihr damit klarkommt oder nicht. Ja, kommen wir mal zum Panzerglas. Oder eher gesagt Displayschutz. Den zeige ich euch jetzt mal. Den habe ich bei Amazon gekauft für 8,99 Euro. Da bekommt ihr gleich zwei Stück in einer Packung. Und ihr habt hier auch sämtliches Zubehör mit bei. Sowas wie ein Schieber und sowas. Alles, was man dafür überhaupt braucht. Ja, und so sieht das auf jeden Fall aus. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum habe ich kein Panzerglas genommen? Ja, Panzergläser habe ich im Test gehabt. Das Problem ist leider, diese abgerundeten Seiten des Huervais, da halten die Panzergläser nicht so wirklich, weil die müssen dann genau klar sein. Das kriegen die wenigsten irgendwie hin. Heißt, ihr habt dann am Schluss riesige Lufteinschlüsse. Oder am Schluss funktioniert der Gesichtsscanner nicht mehr. Oder der Fingerabdrucksensor funktioniert auch nicht mehr. Deshalb habe ich mich für eine Panzerfolie entschieden. Ich zeige euch jetzt mal eben schnell, wie man die draufklebt. Und dann sage ich euch die Vor- und Nachteile. So, wie ihr gesehen habt, dauert das Ganze ein bisschen länger. Es ist auch ein bisschen schwieriger, draufzukleben als normales Panzerglas. Aber hier seht ihr schon mal, wie das Ganze nach einem Tag aussieht. Ich habe es jetzt gestern draufgeklebt. So sieht es jetzt heute aus. Also man sieht es wirklich fast kaum. Ja, zweiter Vorteil. Das ganze Ding kann nicht springen. Ihr kennt das wahrscheinlich vom Panzerglas. Hier kommt man irgendwo an der Ecke ran und das ganze Ding springt und splittert. Und ihr wisst wahrscheinlich selber nicht mal, wie das passiert ist, weil die Dinger stehen einfach unglaublich unter Spannung. Und da passiert das leider halt mal. Hier haben wir zusätzlich noch den Vorteil, dass das Ganze nicht den Touchscreen beeinflusst oder auch den Gesichtsscanner. Ich zeige euch das mal eben schnell. Hier funktioniert alles wunderbar. Hier gibt es keine Beeinträchtigung. Ja, die ganze Front wird fast bedeckt bis auf oben. Die Notch, aber man sieht es auch hier fast kaum. Jetzt sieht man es. Ansonsten wird hier alles bedeckt. Das Ganze ist natürlich günstig mit 8,99 Euro für zwei Stück. Ihr seht, ihr habt hier alles an Zubehör mit bei, was man eigentlich braucht. Dazu, um das dran zu bringen. Ja, das Ganze geht noch um die Displayrandung hier rüber. Das heißt, es hört nicht irgendwo hier schon auf, sondern es geht wirklich komplett rüber. Und das Ganze ist natürlich noch mit jeder Hülle kompatibel. Also auch wenn ihr jetzt nicht diese nutzt, ihr könnt ja wirklich jede Hülle nutzen. Kommen wir mal zu den Nachteilen dieser Schutzfolie. Ihr habt hier natürlich keinen Schutz vom Sturz. Das heißt, ihr müsst unbedingt eine Hülle mit Displayschutz verwenden, weil sonst, wenn euch das Ding runterfällt, das Display ist gesprungen. Das schützt einfach nur vor Kratzer. Ja, die Anbringung ist nicht ganz so leicht, habt ihr gerade gesehen. Es dauert ein bisschen, ein bisschen Fingerspitzengefühl müsst ihr mitbringen. Die Notch oben ist nicht abgedeckt, hatte ich gerade auch schon angesprochen. Aber gut, so könnt ihr euch sicher sein, dass wenigstens der Gesichtsscanner hier 100%ig funktioniert. Und was mir aufgefallen ist nach einem Tag, die Ränder, die kleben nicht zu 100%. Also hier sieht man es jetzt wirklich fast kaum, aber es kann immer sein, dass das hier so ein bisschen hochkommt. Aber es ist nicht so schlimm. Sobald man die Hülle drum hat, merkt man es eigentlich gar nicht. Ja, weswegen sollte man überhaupt so eine Folie überhaupt benutzen? Also ich bin der Meinung, wenn ihr eine Hülle habt mit Displayschutz, braucht ihr eigentlich nur noch eine Folie gegen Kratzer drauf, weil fällt euch das Handy hin, es ist sowieso geschützt. Ja, das ist auf jeden Fall meine beste Kombination. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr solche Videos nicht mehr verpassen wollt, solltet ihr auf jeden Fall Abonnent werden. Und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Video.